Da bin ich wieder, ähm, wie, komm, ähm, komm wieder auf deine Insel, war zu lange weg, oh, gibt das nen Timer? Ach, wie lange kannst du denn, wie lange kannst du denn bleiben? Hm, eine halbe Stunde oder was? Hm, da ist meine Zuckerwatte, oh, die ist weg. Ach, wenn man nichts wach, fliegt man nach 10 Minuten, oh, okay, oh, das wusste ich gar nicht. Bitte schließe das Fenster, ja. Okay. Ne, das wusste ich wirklich nicht, das tut mir leid. Hättet ihr ja Verstecken spielen können, während ich weg war. Ja, das stimmt. Welcome back. Es war vorbereiten geschafft ja ich habe leider nur 1 aber ich werde noch andere machen das ändert sich noch so ich sollte angeln habe ich gehört wo ist meine angel ist auch hier steht denn hier drauf so auch was geschrieben ich hätte schwören können dass ich doch eine ich habe doch eine angegekauft ist die hin kauf ich mir eine neue und ich meine ich hätte die gekauft aber egal das ist nicht schlimm nein ich will ich will nichts ich will ich will nur eine angel kaufen ja oh nein habe ich nicht oh gott nein kein geld keine angel warte mal warte mal die kann ich verkaufen ja gut dann verkaufe ich die muscheln ähm hier hatte ich die muscheln ja ja keine rüben ja ich weiß sommer muscheln rüben 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 jab Estär rüben rüben wolltest du mit angeln gemeinsam angeln im mondschein ist das nicht schön was habe ich hier noch jetzt hier noch freigeschaltet größter gastgeber schön ok so bereit auf geht's schauen wir uns mal um wo es so einen schönen platz gibt ich sehe auch dass hier irgendwas ist warte ok ich lese mal hier okay hier ist nichts so na gut ich guck mal gerade ob facial was an der pinwand geschrieben hat da stand nämlich gerade hier davor ich war hier oh hey das sieht gut aus das ist dir aber echt mühe gegeben hä aber wieso sehe ich das von pummelhof nicht mehr oh dankeschön was ist das hier grauwand vertefelung ok ich probiere das mal aus gucken wie das aussieht oi 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 das sieht ja schön aus warte mal steht natürlich jetzt gerade der schrank in mich das sieht ja richtig modern aus dankeschön aber warte mal ich schieb den schrank doch auf die andere seite dann sieht das nicht so vollgestopft aus warte mal so ist echt hübsch hä was ist mit den blumen passiert der baum ist dran was ist denn hier passiert der baum war doch kaputt und die blümchen weil du plötzlich weg was aber du hast doch die aber du hast doch den baum noch nicht abgeholzt hä komisch hat nicht gespeichert achso ok ja toll dann hat er ja meine mein oh ich hatte mich voll auf die zuckerwatte gefreut oh jetzt habe ich die auch nicht mehr ich habe gerade schon gedacht so hä ich hatte die doch gehabt auch hier mit der auch die angel die hatte ich doch gekauft oi was ist das denn ooooh danke ne kleine entschädigung lass dir dein bubble tea schmecken sowohl sowohl ist das cute er ist jetzt auch diesmal mit von der partie das ist doch schön ich will meine zuckerwatte haben ich will meine zuckerwatte haben ein roten ballon ich will meine zuckerwatte haben ach man ein zweier pasch Oh. Okay. Das ist noch besser. Ja, gerne. Eine Tröte. Okay. Nein, das reicht schon. Ja, gut. Jetzt habe ich wenigstens auch ein Bubble Tea bekommen. Und einen Luftballon. Oh. Ah, stimmt. Den Babybären. Und das Werkzeugregal habe ich gar nicht bekommen. Stimmt. Hat er ja alles wieder resettet. Ja, wo ist Fatal hin? Bist du denn wieder gegangen oder hast du dich versteckt? Ich kopf mal. Ich kopf mal. Oh, was habe ich denn jetzt hier bekommen? Bubble Erdbeer-Tee Oh, du hast die Limozuckerwatte bekommen Dankeschön Warte Möchtest du dann den Bubble Erdbeer-Tee haben? Oder? Ich gebe dir den Luftballon Warte mal Wegpacken Ja, dann bekommst du den So Oh Wir sind für alle glücklich Oh So Okay Ach, ich sehe auch gerade Ich habe wieder die Die Seifenblasen Obwohl ich die ja eigentlich alle verbraucht hatte Ich finde das auch sehr cute Oh, da ist ein Fisch Ich sehe gerade Gucken, was es ist Ah, nein Das ist zu weit weg So Und Eine Makrele Ja gut, aber die hatte ich glaube ich schon So Ah Bist fleißig am Angeln Ich hatte mir schon Sorgen gemacht Ich so Was ist denn mit Fagel? Ich höre nichts mehr von ihm So richtig konzentriert Machst du gut Hey Rotfeuerfisch Perfekt Okay Guck Gucken wir mich auch mal gerade nach Ob hier irgendwie Noch ein Fischi ist Ah, hier ist einer Okay Ja, wenn man zu nah dran geht Ist auch doof Ich habe auch einen Rotfeuerfisch bekommen Ich glaube den hatte ich noch gar nicht, oder? Doch, hatte ich wohl Okay Oh, wie süß Sie genießt es einfach mal da hin zu sitzen Oh Wie cute So Beiß Beiß zu So viele Rotfeuerfische So viele Rotfeuerfische Was ist denn hier los? Erstmal hier ein Erdbeer Wollt ihr nicht schlürfen So Jetzt gucke ich mal Wie vielleicht hier Auf dem Fluss irgendwie noch was entdecken Ah, hier Hier ist auch noch was Bestimmt ein Barsch Kommt immer so viele Barsche Barsche, Bärsche Barsche Oh Oh, den hatte ich noch gar nicht Ein Flösselhecht Alles was Hecht ist Aber der Name klingt schon seltsam Oh Oh Den hatte ich nicht Cool Hm Geh ich mal vielleicht woanders noch rum Das Dumme ist Ich kann das ja Eugen ja nicht abgeben Weil der irgendwie Ne allergische Reaktion Gegenüber Gäste hat Das hört sich bescheuert an Ist aber so Schade, dass ich den nicht rausklicken kann Aber das Museum Möchte ich behalten So Ist hier vielleicht was Ne Okay Okay Hier hay Okay Okay.